Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Schurken im Mittelalter. Ich habe am Zusammenstellen der Schurken schon gemerkt, ich muss mich auch mit Filmschurken beschäftigen, denn unsere Vorstellung vom Mittelalter ist durchaus geprägt von Filmen und da gibt es immer den Bösewicht, immer den Schurken. Und mit denen werde ich gleich anfangen, denn da schauen wir mal, was ist an denen wirklich schurkig. Danach habe ich aber auch noch so ein paar Beispiele für richtig, richtig fiese Map aus dem Mittelalter, beziehungsweise wie sie in der Geschichtsschreibung wahrgenommen werden. Bevor es losgeht, noch zwei kurze Sachen. Zum einen natürlich wie immer das Buch der BBG, das ich diese Woche verlosen werde. Und ich hatte schon mal, Menschen des Mittelalters von Jacques Lebeuf, ein Buch, wirklich ordentlich erwälzt er, mit Dutzenden und Aberdutzenden kurzen Biografien von Menschen aus dem Mittelalter. Da findet man von Helden bis zu Schurken alles drin. Ist ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und wer mal in die Videobeschreibung geht, da gibt es gerade einen Aktionscode. Und mit dem kriegt ihr dieses Buch als Mitglieder wirklich, wirklich günstig. 20 Euro für dieses Buch. Hammerpreis. Aktion, die auch nicht ewig läuft. Also schaut euch tatsächlich mal an. Ich muss leider noch zu was anderem Wichtigen kommen. Es gab auf meinem Kanal einen Betrugsversuch oder ich fürchte sogar auch einen Betrug. Da hat irgendein Telegram-Kanal auf Kommentare geantwortet, die Leute hätten was gewonnen. Und nachdem man sich damit in Verbindung gesetzt hat, hieß es auf einmal, man sollte Versandkosten zahlen. Das kommt nicht von mir. Ich habe keinen Telegram-Kanal. Dieser Telegram-Kanal hieß auch Geschichtsfenster. Punkt. Also ist nicht meiner. Und ihr könnt immer sehen, ob das Ganze wirklich vom Kanalinhaber kommt. Denn Kanalinhaber sind grau unterlegt. Also mein Name muss grau unterlegt sein, dann bin ich das. Mit diesem Betrugsversuch habe ich leider überhaupt nichts zu tun. Passt da bitte auf. Ich wollte dazu auch noch kurz sagen, wie ich verlose. Also wenn ich Dinge verlose, wie jetzt heute zum Beispiel auch, also dieses Buch, könnt ihr dreimal gewinnen. Schreibt es in die Kommentare, wie immer. Und innerhalb der nächsten zwei Wochen werde ich mit einer Seite, einem YouTube-Zufallsgenerator, Kommentare rausfischen. Ich werde da alle Kommentare quasi eingeben. Es zieht sich die Kommentare selbst, inklusive der Antworten auf andere Kommentare. Doppelungen werden berücksichtigt. Und dann kann ich per Knopfdruck mir zufällige Kommentare anzeigen lassen. Genau so mache ich das. Und die schreibe ich dann in den Kommentaren ein. Ich antworte direkt auf den Kommentar und schreibe, du hast gewonnen. Schreib bitte an die und die E-Mail-Adresse deine Adresse. Das gebe ich dann weiter an den Verlag. Da gab es auch schon mal Pannen, dass irgendwelche Leute länger auf ihre Bücher gewartet haben. Ist einfach so. Ich versuche mich immer darum zu kümmern, wenn ich davon was erfahre. Und so läuft es. Ihr werdet niemals bei mir Versandkosten zahlen müssen. Fast immer wird es auch nicht von mir versendet. Wir hatten mal eine Ausnahme. Da gab es diese Spieleboxen, die habe ich selbst versendet. Aber normalerweise wird es ganz über den Verlag gemacht. Ihr müsst nichts bezahlen. Und es gibt auch normalerweise bei mir keine iPhones oder so einen Quatsch zu gewinnen. Das war da irgendwie der Fall. Also wenn ihr irgendwelche verdächtigen Kommentare habt. Es gibt dann auch Kommentare, die aussehen wie ich. und irgendwie Wertanlagen bewerben. Kommt nicht von mir. Alles was von mir kommt, ist die Benachrichtigung. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Schick mir bitte deine Adresse an meine Adresse. Mehr passiert da nicht. Also fall nicht auf so ein Mist rein. Ist das leider passiert. Aber kann ich leider nicht groß ändern. Ich kann nur dazu raten, ein bisschen vorsichtig sein. Aber von den Schurken im Internet, die versuchen Leute abzuzocken, kommen wir jetzt direkt zu den Schurken des Mittelalters. Und wie gesagt, Filme prägen da ganz massiv unser Bild. Und damit möchte ich jetzt anfangen. Einfach die typischen Schurken, die wir aus Filmen kennen. Und natürlich große oder mit Abstand der bekannteste ist Prinz John oder Johann Ohneland. Der jüngere Bruder von Richard Löwenherz und der Antagonist in Robin Hood. Das ist so wahrscheinlich einer der bekanntesten Schurken überhaupt. Wir haben ganz oft das Problem bei Schurken. Wie sah die historische Realität tatsächlich aus? Also Johann Ohneland, Prinz John, immer der Fiesling, immer hinter dem Thron seines Bruders her. Die eigentliche Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Prinz John lebt vor allem im 12. und im frühen 13. Jahrhundert, ist Sohn Heinrichs II. und Eleonore von Aquitanien. Auch ganz interessante Figuren. Und ist der jüngste von, ich glaube, vier Sönen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Schon während sein Vater noch lebte, war er an zwei Revolten gegen ihn beteiligt. Die ganzen Bruder haben sich hier und da mal verschworen und gegen ihn gekämpft. Und das werdet ihr gleich bei einem anderen Beispiel auch noch merken. König von England zu der Zeit ist eine ganz schön unsichere Angelegenheit. Die kämpfen ständig in alle möglichen Richtungen. Gegen ihre eigenen Adeligen, gegen ihre Geschwister, gegen Wales, Schottland, Frankreich. Also es ist ein harter Job. Und genauso geht es auch für Johann Ohneland. Er ist ständig in irgendwelchen Kämpfen, Kämpfe und Streitigkeiten verwickelt. Sein Bruder Richard wird dann König von England und geht auf den Kreuzzug. Und das sollte man jetzt denken, kleiner Bruder, verwalte das mal für mich. Nee, er nimmt erstmal Johann Ohneland den Eid ab, drei Jahre lang nicht nach England zu kommen. Die englischen Könige zu der Zeit haben ausgedehnte Besitzung in Frankreich, auch über Johanns Mutter, Eleanor von Aquitanien. Da gibt es wirklich große, die Gascogne gehört ihnen, Teil der Normandie gehören ihnen. Also das sind wirklich große Ländereien. Und da soll sich Johann aufhalten und nicht nach England gehen. Macht er natürlich nicht. Schwupps geht er nach England. Und als Richard Löwenherz in Gefangenschaft gerät, versucht er die Macht an sich zu reißen. Er verbreitet im Prinzip die Nachricht, Richard sei tot und will, dass er beantreten. Und dann kommt natürlich die Vorderung nach Lösegeld. Da versucht er sogar den Kaiser zu bestechen, dass Richard länger in Gefangenschaft bleibt. Verzögert das Ganze ein bisschen. Am Ende kommt Richard dann doch frei und kehrt nach Hause zurück. Das ist eben die Geschichte, die wir aus Robin Hood kennen. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Denn 1199 wird Johann dann doch noch König. Richard macht ihn zu seinem Erben. Er hat keine Kinder, stirbt in der Schlacht und Johann wird König. Dann sind seine Probleme allerdings nicht vorbei. Sondern er muss immer noch kämpfen. Er versucht die Besitzungen auf dem Festland in Frankreich zu sichern. Geht fast alle dieser Besitzungen verlustig. Also das ist ein ganz großer Einschritt für die englischen Könige, dass sie vom König von Frankreich um ihre französische Besitzungen gebracht werden. Er hat einen riesigen Streit mit seinen Adligen. Versucht immer wieder seinen Haushalt zu sanieren. Versucht Steuern zu erheben. Und am Ende gibt es eine Erhebung der Adligen und er muss die Magna Carta akzeptieren. Er versucht sich auch wieder rauszuwinden, vom Papst ganz überunguldig erklären zu lassen. Aber letztlich hat er keine Chance. Die Magna Carta wird manchmal als die erste Verfassung im Mittelalter bezeichnet. Das ist ja nur so halbrichtig, aber sie schreibt Rechte fest. Erstmal die der Adligen, teilweise auch die einfacher Bewohner. Aber es ist tatsächlich eine festgeschriebene Sammlung von Rechten der Bewohner. Das ist schon ziemlich neu. Und es wird auch späteren eigentlich den Königen noch ein bisschen Probleme und Kopfzerbrechen bereiten. Seine Rückauberungsversuche in Frankreich scheitern auch. Vor allen Dingen, weil die Adligen immer wieder weigern, ihn da zu unterstützen. Da kann er nicht viel machen. Auch von der zeitgenössischen Geschichtsschreibung kommt er nicht sehr gut weg. Und bis heute ist er so das Beispiel für den erfolglosen König. Ohne Land kommt daher, dass er eben seine Besitzung in Frankreich verloren hat. Wenn man sich aber genau anguckt, was er gemacht hat. Er war gar nicht so erfolglos. Er hat zum einen geschafft, ein Gleichgewicht mit den Adligen Englands hinzubekommen. Und seine Kriege zum Beispiel in Wales oder Schottland waren durchaus erfolgreich. Und selbst nach dem Verlust seiner Besitzung in Frankreich hat er diesen Konflikt mit Frankreich noch halbwegs gut überstanden. Also es gab da auch immer die Angst vor einer französischen Invasion. Er hat dann zum Beispiel auch einen unnötigen Bruder zum Beauftragten eine Flotte aufzubauen. Man könnte sagen, er hat die Royal Navy begründet. Hat also England durch eine Marine abgesichert. Also er hat durchaus seine Leistung vollbracht. Und in der modernen Geschichtsschreibung ist er bei weitem nicht mehr so schlecht angesehen, wie das ursprünglich mal war. Aber durch die Robin Hood Geschichte ist er natürlich der große Bösewicht. Er ist immer der schwächliche König. Er ist immer der hinterlistige König. Das wird er wohl auch nicht mehr losbekommen. Sein Enkel ist dann schon der nächste auf der Liste. Edward Longshanks. Der Bösewicht aus Braveheart. Wird er natürlich als besonders fies dargestellt. Geht über Leichen. Ist in der zeitgenössischen Rezeption erheblich besser weggekommen. Er war sehr, sehr groß. 1,88 Meter. Das ist so mein Maß. Für damalige Menschen schon ziemlich ordentlich. Daher hat er auch seinen Beinnamen. Longshanks. Lange Schenkel. Muss ein sehr, sehr großer Turnierkämpfer gewesen sein. Also hat er durchaus mit Ruhm bekleckert. Immer wieder. Genauso wie sein Großvater wird auch er schon als Jugendlicher, als Prinz in den Krieg der Barone verwickelt. Und räumt den auch ziemlich auf. Also er schafft es, die rebellischen Adeligen zu befrieden. Hatte ein Talent damit, Feinde zu Freunden zu machen. Also es gibt mehrere dieser aufständigen Barone, die dann zu ihm überlaufen und zeitlebens ihm treu ergeben sind. Das muss man anerkennen. Da hat er offensichtlich Charisma. Und noch als Prinz geht er auf einen eigenen Kreuzzug. Auch da ist natürlich eine Konkurrenz mit dem König von Frankreich. Er will sich im Heiligen Land beweisen. Während dieses Kreuzzugs stirbt sein Vater. Und man sollte jetzt denken, er kehrt so schnell wie möglich nach England zurück. Tut er gar nicht. Er lässt sich zwei Jahre Zeit. Zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters kommt er überhaupt wieder in England an. Bis dahin hat er noch halb Europa bereist. Ist hier und da gewesen. Hat nebenbei noch in seinen geringeren französischen Besitzungen einen kurzen Krieg geführt, um einen unbotsmäßigen Gefolgsmann zu befrieden. Also er lässt da wirklich, wirklich viel Zeit. Er ist tatsächlich seit Wilhelm dem Eroberer der erste englische König, dessen Krönungen nicht von irgendwelchen Konflikten begleitet werden. Er ist tatsächlich unumstritten. Also es gibt da keinen Aufstand. Es gibt da keinen Erbfolgekrieg. Das ist nicht üblich. Das haben die englischen Könige sehr gerne gehabt. Er schafft es tatsächlich, da recht friedlich den Übergang zu machen. Ansonsten hat er genau wie sein Großvater auch starke Finanzprobleme. Er versucht immer wieder Sonderabgaben zu erheben, was durch die Magna Carta noch zusätzlich verschärft wird. Er ist verantwortlich für die komplette Vertreibung der Juden aus England. Bis ins 1700 durften Juden in England nicht mehr siedeln. Die hat er tatsächlich rausgeworfen. Und bekannt, Preyfart ist sein Krieg zum einen gegen die Waliser, aber auch eben gegen die Schotten. Da fällt er ein, er nimmt die Gelegenheit wahr. Es gibt ein Machtvakuum in Schottland. Es gibt einen Streit um den Thron. Und da denkt er, kann ich rein, kann ich mir holen. Das ist kein Eroberungskrieg, so wie er in Preyfart dargestellt wird. Es sind mehrere Kriegszüge immer wieder um Macht. Teilweise gibt es gar keine Schlachten, sondern er zieht nur mit den Truppen rein. Und es ist nie eine so vollständige Besetzung. Auch dieser ganze Quatsch mit Recht der ersten Nacht und solchen Dingen gab es in der Form nicht. Es gab da keine Besatzungstruppen, die die Dörfer kontrolliert haben und so etwas. So funktionieren mittelalterliche Kriege nicht. Letztlich hat er auch keinen Erfolg. Er kann mehrere Schlachten gewinnen. Zum Beispiel die Schlacht von Falkirk, wo er auch persönlich noch anwesend war. Aber letztlich wird er geschlagen und Robert the Bruce schafft es, schottlicher König zu werden. Denn vorher, jetzt gerade mit der Krönung von Charles III oder Karl III, ganz wichtig, diesen Stein, diesen Stone of Sain, den klaut er damals aus Schottland. Der ist ja heute noch Teil des Krönungszeremonials. Den hat er damals mitgenommen. Ja, auch bei ihm, das ist so die Frage, was macht so ein König jetzt zum Schurken oder eben nicht zum Schurken? Wir haben ganz oft Dinge, letztlich sind alle mittelalterlichen Herrscher Machtmenschen, die auch über Leichen gehen. Sonst, wer für den Krieg, wenn man nicht über Leichen geht? Wir haben ritterliches und unritterliches Verhalten, also auch nach damaliger Sicht ganz unterschiedlich. Können wir aus heutiger Sicht einen König wie Edward als Schurken hinstellen? Also der Film hat es gemacht, Preyfart hat ihn zu Schurken gestempelt. Aber was macht ihn tatsächlich zum Schurken? Er hat das getan, was alle seine Amtskollegen auch tun. Er hat Lücken gesehen, er hat Möglichkeiten gesehen und hat versucht, sie zu ergreifen. Also um Krieg loszubrechen, hat die offensichtlich nicht gestört. Und jetzt von Edward Longshank sind keine besonders großen Krolltaten bekannt. Im Gegenteil, wie gesagt, er hat ein Talent daran gehabt, Feinde zu Freunden zu machen. Also er hat sie nicht alle niedergemacht, sondern hat sie lieber zu den Seinen gemacht. Schwierige Frage, oder? Aber das werden wir gleich noch viel häufiger sehen. Das ist so eine Grundfrage unseres Films. Gehen wir zu Königreich der Himmel, gehen wir zu Renard de Chatillon. Im Film ist er ein Templer und ein Hetzer. Er aus irgendwie scheinbar rassistischen Motiven hasst er alle Muslime und überfällt sie mit großer Bonne. Wird auch so als halber Irrer dargestellt. Dummerweise hat das nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Renard de Chatillon war nie Templer. Nicht mal im Ansatz. Die Herkunft ist nicht so hundertprozentig klar. Wahrscheinlich stammt er aus dem Geschlecht der Herrin von Dancy und kam als Ritter im zweiten Kreuzzug nach Palästina. Da steigt er auf, heiratet die Fürstin von Antiochia und ist dann eben Fürst. Überfällt zusammen mit dem armenischen Fürsten Thoros II. Zypern und da lässt das richtig krachen. Also das ist wirklich so verbrannte Erde, Plünderung, Morde, Vergewaltigung, alles was wir mit dem Krieg assoziieren, können wir da sehen. Zypern war nur dummerweise Teil des byzantinischen Reichs. Der byzantinische Kaiser Manuel lässt das auch nicht auf sich beruhen und zieht 1158 gegen Thoros II. Renard de Chatillon unterwirft sich ihm, kniet sich in seinem Feldlager vor ihm, wird mehrere Minuten ignoriert, bevor er dann im Prinzip wieder eingesetzt wird und jetzt ein Basal des byzantinischen Kaisers ist. Er lässt trotzdem weiter krachen. Er überfällt tatsächlich muslimische Besitzungen immer wieder. Da ist der Film tatsächlich nicht ganz unkorrekt. Das macht er allerdings vor allen Dingen, um sich zu bereichern. Hier haben wir das typische Beispiel von jemandem, der sich vor allen Dingen bereichern möchte. Er überfällt aber auch ein Pilgerschiff. Und da hört der Spaß dann auf. Also Saladin erklärt, er wird ihn eigenhändig töten. Schafft dann auch tatsächlich nach der Schlacht von Hattin, gerät er in Gefangenschaft und wird wohl von Saladin eigenhändig getötet. Der Legende nach ist er gefangen, zusammen mit dem König von Jerusalem. Der kriegt einen Becher Wasser gereicht, gibt ihn an Renard weiter und Saladin sagt, dazu war er nicht eingeladen. Er reitet irgendwie noch weg und töte ihn dann eigenhändig tatsächlich. Und die Figur, die wir da allerdings präsentiert bekommen, dieser Tempelritter, das ist eigentlich eine andere Figur. Und zwar ist das Gerard de Riedfort. Hier sind wir nicht in Königreich der Himmel, hier sind wir in der Serie Ahn der Kreuzritter. Und die Serie kann ich euch echt empfehlen, die ist nämlich gar nicht schlecht. Ist eine schwedische Serie und ich rate euch nicht den Film zu gucken, sondern die vierteilige Serie. Die kriegt man antiquarisch, zum Beispiel bei Amazon, beziehungsweise Medimops und so, da findet man die ab und zu. Und die ist gut, die ist wirklich sehenswert. Der Film ist verschnitten, da fehlt ganz viel. Es gibt auch einen zweiteiligen Schnitt als Film, fehlt immer noch ganz viel, schaut wirklich die Serie. Und da haben wir es eben mit Gerard de Riedfort zu tun, der war tatsächlich Großmeister der Templer. Und zwar ab dem Jahr 1184 führt die Templer in die verlorene Schlacht von Cresson. Das war schon eine ziemliche Blödheit, also da hat er schon böse aufs Maul bekommen, belebt sie als einer der wenigen. Und in Hattin schafft er es seiner Inkompetenz noch eins draufzusetzen. Er rät nämlich die gut gesicherte Position mit genügend Wasser aufzugeben und durch die Wüstenebene auf Saladin zu marschieren. Schlacht bei den Hörner von Hattin endet in der Katastrophe. Das Kreuzfahrer Hell wird vernichten, geschlagen. Auch das, da schafft er es noch rauszukommen und stirbt dann 1189 bei der Belagerung von Akon. Da haben wir es wirklich mit einem zu tun, der tatsächlich wohl relativ fanatisch war. Das ist beim Templer ja gar nicht so typisch. Und der vor allem sich durch militärische Inkompetenz ausgezeichnet hat. Also er hat es zweimal geschafft, wirklich daneben zu hauen. Gilt so als der unbeliebteste Tempel-Großmeister überhaupt. Ist so das schwarze Schaf der Geschichte. Und die Figur, die wir in Königreich der Himmel sehen, ist eben eine Verschmelzung aus Renard de Chatillon und Gerard de Ritfort. Da haben wir so eine Vermixung von zwei Figuren. Eine Figur, die auch noch in Filmen als Bösewicht auftaucht, ist Ademar von Anjou in Ritter aus Leidenschaft. Der ist allerdings fiktiv. Den hat es so in der Form gar nicht gegeben. Das ist eine ausgedachte Figur. Würde aber vermutlich für eine ganze, ganze große Reihe an Rittern des 100-jährigen Kriegs gut funktionieren. Also wir haben ja da einen, zumindest im frühen 15 Jahrhundert, einen fast andauernden Krieg teilweise. Und da haben wir solche Ritter, die mit ihren ausgehobenen Kompanien gegen die Engländer ziehen. Wir werden gleich am Ende nochmal ein Beispiel für so einen Ritter haben. Da hätten wir ganz viele Vorlagen. Dann gehen wir zu den Computerspielen. Ganz am Ende des Spätengelalters. Cesare Borgia oder, ich will es erweitern, die Borgias überhaupt. Ich habe gleich zwei solche Familien, aber die Borgias sind ein gutes Beispiel. Sind so ein quasi Synonym für eine moralisch verkommene, machtgierige, mörderische Familie in Italien der Renaissance. Hier kann man schon von Renaissance reden, das ist tatsächlich gar nicht falsch. Und in Assassin's Creed sind sie natürlich nochmal böser, denn sie sind Teil der bösen Templer. Und werden letztlich auch beide von Protagonisten erledigt. Tatsächlich, die Borgia stammen ursprünglich aus Spanien. Und den ersten Borgia, den wir da haben, ist Rodrigo Borgia bzw. Alexander VI. Der schafft es nämlich, Papst zu werden. Ist so der klassische Renaissance-Papst. Ich hatte letztens schon mal Pius II. vorgestellt, der als großer Humanist gilt. Deswegen wird er immer gnädiger gesehen. Er macht aber genau dasselbe, versucht seine Familie zu versorgen. Und bei Papst Alexander VI. ist das wirklich das erklärte Ziel. Er will, dass seine Nachkommen, alle miteinander natürlich unehelich und von Mätressen, verheiratet war er nicht als Papst, er versucht, dass seine Nachkommen ein dauerhaftes Herrschaftsgebiet haben. Er will erst Neapel, das funktioniert nicht so ganz. Also konzentriert er sich auf Norditalien, auf die Emilia Romana. Und seine beiden berühmtesten Kinder sind natürlich Lucrezia Borgia und Cesare Borgia. Er hat, wie gesagt, mehrere Mätressen, darunter Vanossa di Catanei, die Mutter der beiden, und später noch Giulia Farnese, die deutlich jünger war als wer. Und die Familie Farnese baut im Prinzip ihre Karriere auf dieser Beziehung zu Rodrigo Borgia bzw. Alexander VI. auf. Cesare wird 1475 geboren und bereits mit 17 wird er Erzbischof und Kardinal. Also der, von Kindesbein an wird klar, der soll eine kirchliche Laufbahn machen. Gleichzeitig hält man sich natürlich die Option offen, ihm doch noch ein Herrschaftsgebiet zu sichern. 1494 gibt es Friedensverhandlungen zwischen dem Papst und dem französischen König. Da gibt es ja einen ewigen Streit, da haben wir auch das abendländische Schisma. Und Cesare wird als Geisel mitgegeben. Er soll als Geisel am Hof des Königs von Frankreich leben. Nach vier Tagen entkommt er als Stalljunge verkleidet und stellt sich heraus, dass die Truhen auf 17 Maulesenler mitgeführt hat, allesamt mit Sand und Backsteinen gefüllt worden. Also er hat seine Flucht geplant. Das macht ihn schlagartig als wagemutig bekannt. 1498 bilden die Borgia dann eine Allianz mit dem Nachfolger dieses französischen Königs und Cesare wird Herzog von Valentinoir. Dazu lässt er sich per Dispenz aus allen seinen kirchlichen Ämtern befreien. Er ist kein Priester mehr, kein Kardinal mehr, kein Bischof mehr, heiratet dann auch relativ bald und ist eben jetzt Herzog. Und er schafft es tatsächlich in der Emilia Romana große Teile zu erobern. Er schafft es im Prinzip die ganze Region unter seine Finger zu bekommen. Er hat dabei überhaupt keine Skrupel, gegnerische Adelige gefangen zu nehmen. Das machen auch vorher. Politische Morde waren durchaus ein Werkzeug der Borgia. Und diese gefangenen Adeligen werden dann eben auch gerne mal ermordet, ein paar Monate später aufgefunden. Das ist in der Zeit nicht merkwürdig. Die Gegner der Borgia machen es genauso. Also Giftmorde, Gefangene, die umgebracht werden, das ist zu der Zeit in Italien wirklich gang und gäbe. Gleichzeitig ist Cesare Borgia aber erstaunlich milde gegenüber Städten. Also nicht den Adeligen, sondern den Bewohnern. Er verzichtet mehrfach auf Rache oder Strafzahlung oder sowas, wenn er eine Stadt erobert hat. Er versucht sich wirklich ein Gebiet zu sichern, das ihm auch treu ergeben ist. Das damit hat auch wieder Erfolg. Es gibt mehrere Städte, die auch später noch zu ihm halten. Sein Abstieg beginnt dann aber mit den Verschiebungen der Machtverhältnisse. Mit dem Tod seines Onkels hat er keinen Papst mehr hinter sich. Er geht mit seinem Nachfolger oder mit dem Nachfolger des Papstes ein Bündnis ein. Hilft ihm zur Wahl, was sich allerdings nicht auszahlt. Dieser Papst ist dann ein Gegner von ihm. Und damit sinkt im Prinzip der Sterne. Er wird verhaftet, er wird nach Spanien gebracht, er wird längere Zeit in Haft gehalten. Kommt dann später nochmal frei, dient nicht mehr selbst als Herzog sein Länderein. Verliert er quasi und ist dann, man kann sagen, Konditiere und stirbt dann bei einem Hinterhalt, den er erkannt, aber ignoriert hat. Und er ist sehr typisch eigentlich für die Renaissance-Fürste dieser Zeit. Er kann eigentlich als der perfekte Fürst gelten. Seine Mischung aus Grupellosigkeit, politischem Taktieren, Kunstsinn und so beeindruckt. Zum Beispiel auch Machiavelli. Der hat ihm zwar nicht dient, er ist letztlich ein Gegner von Cesare Borgia, ist aber zudem beeindruckt und da ist sicherlich einiges in seine Schriften eingeflossen. Lucrezia Borgia geht es da ein bisschen besser. Sie hat auch erstmal einen sehr schlechten Ruf. Angeblich gibt es da auch inzestuöse Beziehungen, die sie eingegangen wäre, aber sie kommt am besten aus der Sache raus. Sie heiratet mehrere Herzöge und stirbt am Ende hochgeachtet, auch wegen ihrer Mildtätigkeit als Herzogin. Ja, wie gesagt, man kann durchaus sagen, dass die Borgia eine eher normale Familie sind. Ein Beispiel dafür sind auch die Visconti. Bernabu Visconti, den wir hier sehen, ist knappe 100 Jahre vor den Borgia an der Macht. Wird um 1323 geboren, stirbt 1385 und die Visconti kann man durchaus vergleichen, auch was ihren Ruf angeht. Es gibt immer wieder Berichte über Exzesse, über Ausschweifungen, auch da wieder inzestuöse Verhältnisse, Orgien, die gefeiert werden sollten. Ebenso wird behauptet, dass Bernabu Visconti den Überbringer einer Exkommunikation, also einen Gesandten des Papstes, dazu zwingt, diese Bulle aufzuessen, inklusive des Siegels und allen. Kommt auch schon unschön an die Macht. Die Visconti kämpfen auch untereinander um die Macht. Und so wird dieser Bernabu Visconti schließlich von Gian Galezzo Visconti ermordet, seinem Neffen, der dadurch im Prinzip die Herrschaft übernimmt und in der Folge fast ganz Oberitalien erobert. Auch Giovanni Maria Visconti, einem anderen Visconti, wird nachgesagt, der hatte abgerichtete Hunde, die darauf trainiert, seinen Menschen zu zerfleischen. Angeblich lässt er das, als das Volk um Frieden bittet und ihn beim Einzug in die Stadt mit Patsche rufen empfängt, lässt er angeblich seine Kriegsknechte auf die Leute einschlagen und es werden 200 Leute getötet. Und er lässt das Wort Patsche komplett verbieten. Selbst die Priester dürfen es in ihrer Predigt nicht verwenden, was einige Gebete ausschließt. Und Filippo Maria Visconti ist angeblich, was sein Aussehen angeht, sehr, sehr empfindlich und sehr grausam. Und genau wie bei den Borgia haben wir hier wieder eine große, mächtige Familie. Da können wir jede beliebige Familie nehmen. Und wir haben eigentlich sehr, sehr ähnliche Geschichten. Und da sind wir schon bei einem Problem, wie zuverlässig sind all diese Geschichten. Auch bei den Borgia. Gerade so sexuelle Ausschweifungen sind immer ein sehr, sehr, sehr beliebtes Sujet oder ein Topos, mit dem man so eine Familie angreift. Das finden wir immer wieder in solchen Konstellationen. Die Frage ist tatsächlich, was ist da dran? Bei einigen der Morde, da kann man sich sehr sicher sein. Das ist gut belegbar. Aber, dass zum Beispiel Papst Alexander seine Mätressen hatte und Nepotismus, also Bevorteilung seiner Angehörigen, Ämterkauf und ähnliches durchgeführt hat, ist alles außer Frage. Aber das haben die Päpste seiner Zeit alle gemacht. Das ist eher normal. Selbst wie gesagt, ein Pius II., der als Humanist gilt und an den hohen moralischen Ansprüche gestellt werden können, hat genauso seine Familie bevorzugt. Und hat es auch noch mit alten römischen Tugenden begründet. Also da ist es nicht anders. Und ob wir jetzt bei den Medici gucken, bei den Borgia, es ist letztlich genau das Gleiche. Bei den Filmbösewichten ist dann auch noch aus Name der Rose bekannt, Bernardo Gui. Bernardo, er wird seit Name der Rose hauptsächlich mit seinem italienischen Namen genannt. Eigentlich heißt er Bernardo Gui, er ist nämlich Südfranzose, ist Dominikaner, wir werden hier so ein paar Dominikaner haben lustigerweise, um 1261 geboren, wird Inquisitor. Also jetzt nicht irgendwie ein großer Inquisitor von diesem Bereich, er hat ein relativ kleines Gebiet. Er verfolgt vor allem Katara und Begine. Katara ist eine ketzerische Bewegung, das Wort Ketzer kommt von Katara. Also eine durchaus in Südfrankreich große Bewegung, die sich von der Vorstellung der Kirche abgespalten hat. Da wird teilweise vom lokalen Adel unterstützt. Es gibt auch einen Katara-Kreuzzug und im Prinzip in den Nachwehen ist Bernardo Gui als Inquisitor tätig. Die Beginen wiederum sind eine Laienbewegung, vor allen Dingen Frauen, es gibt auch Männer, die Begaden, die in klosterähnlichen Gemeinschaften leben wollen. Die werden immer mal wieder verfolgt, immer mal wieder beobachtet, im großen Ganzen, gerade in Nordeuropa, in Flandern, vor allen Dingen können sie sich etablieren, haben da ihre Beginenviertel oder Beginenhöfe, aber sie werden auch immer wieder gerne verfolgt. Natürlich ist so ein Inquisitor aus heutiger Sicht, das ist ganz, ganz furchtbar. Da werden Leute wegen ihres Glaubens verfolgt. Wir als moderne Menschen können das nur ablehnen, aber es wird auch gerne vollkommen übertrieben. Auch die Darstellung von Bernardo Gui in Name der Rose, das ist fast schon ein Zerrbild, das ist fast schon eine Karikatur eines Inquisitors. Der hetzende Inquisitor, der keiner Gelegenheit widerstehen kann, jemanden noch schnell zu verurteilen. Es gibt dann auch die Geschichte mit einer jungen Frau, die auf dem Scheiterhaufen landen soll, also das ist so das ganz Typische. In seiner Karriere hat er 930 Urteile gefällt, von denen 42 Hinrichtungen waren. Viel zu viele, 42 ist viel zu viel, aber die Vorstellung, dass der irgendwie massenhaft, dauerhaft Leute auf den Scheiterhaufen gebracht hat, stimmt halt in der Form auch nicht. Mit etwa 60 Jahren wird er dann zum Bischof ernannt, im hohen Alter. Für ihn lebt er auch nicht mehr so wahnsinnig lange, aber die Rolle, die ihm eben im Film zugewiesen wird, die hat er nicht. Er ist nicht der völlig fanatisch verblendete Hetzer, sondern die Inquisition, er macht eigentlich das, was die Inquisition üblicherweise macht. In den allermeisten Fällen werden mildere Strafen ausgesprochen. Es wird versucht, die Leute in den Schuss der Kirche zurückzuholen. Die allermeisten Strafen sind das Tragen eines Bußkreuzes. Das ist die übliche Strafe bei der Inquisition. Ja, die Filmfiguren habe ich jetzt durch und da will ich noch ein paar Herrscher nehmen. Und zwar zwei, bei denen der Name, der Schurke direkt im Namen zu finden ist. Da haben wir einmal Wilhelm der Böse. Hab kein Bild von ihm, denn er war König von Sizilien von 1122 bis 1166. Das sind seine Lebensdaten, nicht seine Regierungsjahre. Nach der Niederschlagung eines Aufstandes, der von Bizanz unterstützt wird in Apulien, lässt er die Stadt Bari komplett zerstören und die Bewohner vertreiben. Das ist so die Grundlage seines schlechten Rufes. Auch da, das haben wir von anderen Herrschern genauso. Teilweise auch von Herrschern, die heute als vorbildlich gesehen werden oder zumindest deutlich besser wegkommen. Er wird auch deswegen als böse dargestellt, weil er wiederum in Konflikt mit seinen untergebenen Adligen war. Er hatte einen Amiratus, das ist ganz lustig, das ist im Prinzip die lateinische Version des Wortes Emir, also einen Verwaltungsbeamten. Wilhelm der Böse hat auch noch in Nordafrika Besitzungen, die heute muslimisch sind, also auch damals teilweise muslimisch besiedelt sind. Also das ist schon fast ein fließender Übergang. Und dieser Amiratus oder Emir, Mayo von Bari, wurde so zum Kristallisationspunkt des Streits. Das war der Sündenbock, den der Adel gehasst hat und den sie schließlich auch ermorden. Wilhelm wird gefangen gesetzt und der Legende nach, jetzt sollen die Adlingen seinen Sohn Roger zum König machen wollen. Schräger Satz. Und laut Legende tötet er ihn mit Dritten. Also er tötet seinen eigenen Sohn mit Dritten, damit er nicht sein Nachfolger werden kann. Das ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist sein Sohn eher bei den Unruhen gestorben. Es gibt da Legenden über einen Pfeil. Also wie genau, ist nicht klar. Aber die Legende, dass er ihn selbst getötet hat, ist wahrscheinlich nur eine Legende. Aber hier haben wir ein schönes Beispiel. Er ist dann auch abgesetzt worden. Seine Gegner, die seinen Nachfolger installiert haben, haben im Prinzip sein Andenken versucht, möglichst schlecht zu machen. Das haben wir bei den Herrschern, die als besonders schlecht gelten, sehr, sehr oft. Dann haben wir gleich noch ein ganz großartiges Beispiel. Wir können bei ganz vielen dieser Schurkengestalten überhaupt nicht sagen, was ist Propaganda und was ist tatsächlich geschehen. Beziehungsweise warum ist der jetzt ein Bösewicht und der andere nicht. Was unterscheidet einen Richard Löwenherz, der auch richtig viel auf dem Kerbholz hat, der aber in den Geschichten später als Held dargestellt wird, von so einem Herrscher? Letztlich gar nichts. Auch moralisch. Letztlich gar nichts. Der andere hat einen genauso schönen Namen. Da haben wir auch ein Bild zu. Peter der Grausame von Kastilien. 1334 bis 1369. Er fängt schon gut an. Er heiratet Blanche von Bourbon. Die er aber nach der Hochzeit inhaftieren lässt und später wohl auch ermorden lässt. Auch da gibt es verschiedene Geschichten. Mit einem Bolz ins Auge oder irgendwas. Auf jeden Fall kommt sie in der Haft um und es ist relativ, oder zumindest wird stark angenommen, dass er dahinter steckt. Und er wird dann verwickelt in den Krieg der beiden Peter. Und zwar gegen Peter IV. von Aragon. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt in Spanien noch auf der Berischen Halbinseln noch mehrere kleine Reiche, die konkurrieren. Wir haben noch eine größere Besetzung durch die Mauren. Mit denen verbündet er sich auch. Also er hat maurische Verbündete in seinem Krieg. Wird erstmal von seinem Halbbruder Heinrich vertrieben. Schafft es dann aber, Edward den schwarzen Prinz von Wales auf seine Seite zu ziehen, der Truppen schickt. Und damit kann er diesen Krieg der beiden Peter dann auch durchaus fortsetzen. Edward wird allerdings krank. Seine Gesundheit ist angeschlagen. Er muss die Berische Halbinsel verlassen. Stattdessen hat er als Gegner Bertrand de Guesclin, den ich letztens schon mal im Video über Ritter vorgestellt habe. Und der tatsächlich schafft es durch strategische Überlegenheit, Peter den Grausamen zu schlagen. Heinrich, der Halbbruder von Peter, nimmt ihn dann nach der Schlacht gefangen und tötet ihn. Ob das in einem Duell passiert ist, das sagen einige Quellen, oder ein kaltblüterer Mord war, wissen wir auch nicht. Hier auf dem Bild wird eben gezeigt, wie das Ganze abgelaufen sein soll. Und auch da, bei Peter dem Grausamen haben wir dann natürlich, er ist der Verlierer. Und die Nachwelt geht nicht besonders gnädig mit ihm um. Und ein ganz großartiges Beispiel für so einen König und seinen Nachruf ist Richard III. Im Rosenkrieg, der große Gegner der späteren Tudors, es gibt sogar ein Shakespeare-Stück über ihn. Das er als schlechten, bösen König darstellt. Macht-Hungrig, der seine Neffen, die Prinzen im Tower, ermorden lässt, um an die Macht zu kommen. Aber das ist eben entstanden zur Regierungszeit von Elisabeth I., einer Nachfahrin seiner Gegner. Also er hat verloren gegen die Tudors und Elisabeth I. ist eine Tudor. Es hat also etwas daran gelegen, den großen Feind ihrer Dynastie möglichst schlecht dastehen zu lassen. Und Richard III. wird als wahnsinnig, als bösartig, als gemein dargestellt. Tatsächlich, er ist wahrscheinlich verstrickt in die Ermordung der Prinzen im Tower. Aber genau kann man es nicht sagen. Ansonsten hat er sich gar nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Im Gegensatz, er war, aus heutiger Sicht würden wir tapfer sagen, mutiger. Er ist noch in die Schlacht von Bosworth geritten und ist da umgekommen. Also eigentlich seine Zeitgenossen haben wir deutlich besser dargestellt. Aber da können wir wirklich sehen, wie gezielt das Andenken eines Königs zerstört wurde. Wie er als böser König dargestellt wurde. Und im englischen Sprachraum ist er der schlechte König. Richard III. ist der wahnsinnige schlechte König schlechthin in dem Raum. Hat sich also wirklich, wirklich durchgesetzt. Und da kann man eben sehr gut sehen, wie die Gedenkkultur letztlich den Schurken macht. Und das können wir auf ganz viele andere Herrscher, die wir hier gesehen haben, auch übertragen. Dann habe ich noch ein paar Kleriker. Dieser Herr, der ist geradezu legendär. Das ist Thomas de Torquemada. Der ist Oberhaupt der spanischen Inquisition. Der, der massenhaft Leute auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Gilt so als das Urbild des Inquisitors. Stimmt nur wieder nicht. Er lebt von 1420 bis 1498. Ist wieder Dominikaner. Ist Prior des Klosters Santa Cruz de Real. Dem ältesten Dominikanerkloster in Spanien. Und Beichtvater der späteren Königin Isabella. Damit hat er schon eine herausgehobene Position. Und 1478 genehmigt der Papst Spanien eine eigene Inquisition. Torquemada wird als einer von acht Inquisitoren ernannt. Und ab 1483 ist er der Generalinquisitor für die ganzen spanischen Reiche. Also wird er um 1492 wird das ganze Jahr vereint. Kastilien, Aragorn und so. Da ist er im Prinzip der oberste Inquisitor. Er erhält nur keinen einzigen Inquisitionsprozess. Er ist nie aktiver Inquisitor. Er führt niemals Prozesse. Er strukturiert die spanische Inquisition. Er baut die spanische Inquisition auf. Gibt ja auch klare Strukturen. Auch eine geschriebene Handlungsanweisung. Also das ist alles durchaus auf seinem Mist gewachsen. Und damit ist er natürlich verantwortlich für die Taten der spanischen Inquisition. Die ist zwar zum Beispiel, was Hexenjagd angeht, geradezu vorbildlich. Sie erhält nämlich für Schwachsinn und macht es nicht. Aber was die Behandlung von konvertierten Juden und Mauchen angeht, da bekleckert sie sich nicht mit Ruhm. Vor allen Dingen ist der Unterschied zur normalen Inquisition, die spanische Inquisition ist eine dauerhafte Einrichtung. Die tagt ständig und natürlich arbeitet sie auch mit Bespitzelung und mit Denunziantentum. Das ist Teil der Inquisition. Und zwischen 1481 und 1504 fällt sie etwa 2000 Todesurteile. 2000 zu viel. Viel zu viel. Aber auf dem Zeitraum sieht man, es sind auf über 20 Jahre weniger als 100 Todesurteile im Jahr an verschiedenen Orten. Es ist also kein dauerhaftes Terrorregime, das ein Tribunal nach dem anderen hält. So funktioniert es nicht. Auch die spanische Inquisition beschäftigt sich hauptsächlich mit kleineren Dingen. Es gibt in der spanischen Geschichtsforschung den Begriff der Leyenda Negra, der schwarzen Legende. Und da ist Tocomada ein Teil von. Das ist vor allen Dingen in der Neuzeit auch von Historien, zum Beispiel aus England, aufgestellt worden. Es gibt so den Effekt, dass spanische Geschichte besonders negativ dargestellt wird. In ganz vielen Punkten. Da gehört die spanische Inquisition dazu. Da gehört die Eroberung Südamerikas dazu. Also auch die brutale Vernichtung des Aztekenreiches, die tatsächlich hauptsächlich mit anderen Völkern in der Umgebung stattgefunden hat. Denn die Azteken haben sich richtig unbeliebt gemacht. Die Spanier hatten sehr, sehr schnell Verbündete gegen die Azteken. Die Anzahl der ermordeten Ureinwohner. Da wird gerne ausgeblendet, dass vor allen Dingen Krankheiten, die massiv dezimiert haben. Ich will um Himmels Willen nicht die Kolonialisierung Südamerikas schönreden. Aber wenn eben solche Zahlen statt einer Krankheit den Spaniern nachgesagt wird, dann haben wir genau diese Leyenda Negra. Und die ist durchaus breit zu finden. Das ist tatsächlich gar keine große Frage. Die kann man so sehen. Die gibt es. Und Togemada ist ein gutes Beispiel. Togemada wurde geradezu dämonisiert, obwohl er tatsächlich aktiv gar nicht daran teilgehabt hat. Also da müsste man sich schon andere Leute suchen. Und ähnlich wie bei Nardogui relativieren sich die Zahlen da ganz deutlich. Einer, den ich von ganzem Herzen als Schurke in der Sache sehe, ist dann aber Heinrich Kramer oder Heinrich Institoris, der Autor des Hexenhammers. Und da haben wir eine ganz wilde Gestalt. Denn auch da ist alles anders, als man eigentlich denkt. Wird 1430 geboren. 1445 wird er Dominikaner. Schon wieder einer. Und 1479 bekommt er auf eigenes Betreiben den zu der Zeit völlig unbedeutenden Titel eines Inquisitors, der Ordensprovinz Alemania. Spielt in Deutschland zu der Zeit die Inquisition kaum eine Rolle. Er will diesen Titel haben. Er ist auch Doktor der Theologie. Und er ist um 1475 Zeuge der Prozesse um Simon von Trient. Das ist eine recht üble Geschichte. In Trient wird ein Knabe Simon ermordet. Und die Juden werden als Schuldige gesehen. Unter Folter geben es das Ganze natürlich auch noch zu. Der Vatikan schickt einen eigenen Beobachter, der allerdings massiv bedrängt wird. Auch teilweise werden seine Diener angegriffen. Und das Ganze wird zum Schauprozess. Die Juden werden natürlich schuldig, werden hingerichtet. Und Simon soll als Heiliger, als Märtyrer aufgebaut werden. Der Vatikan tatsächlich erkennt das niemals an. Ist so ein Gerücht. Ist nie ein Heiliger gewesen. Und bei diesen Prozessen ist Heinrich Kramer anwesend. 1484 wird er dann in Rom vorstelligen mit einem selbstverfassten Schreiben zum Thema Hexen. Das Lustige ist, das Ganze wird in der päpstlichen Kanzlei abgeschrieben und dann als Reskript, also unter Vorbehalt der Richtigkeit, ohne weitere Prüfung gesiegelt. Damit ist es eine Bulle. Eine Bulle, die der Papst so vielleicht gar nicht haben wollte. Und ist tatsächlich das einzige offizielle Dokument der Kirche, auch der einzige Bulle, in der der Hexenklaube anerkannt wird. Ansonsten wird es immer abgelehnt. Da, weil eben mehr oder weniger ungeprüft, wird es anerkannt. Und damit hat er einen päpstlichen Bulle zu Hexen. Und er hat den Titel des Inquisitors. Damit geht er nach Innsbruck und fängt an, ordentlich Hexenjagd zu machen. Gibt auch Prozesse, gibt Verurteilungen. Der Bischof von Innsbruck wird ein bisschen hellhörig, lässt diese Prozesse dann überprüfen und kassiert sie alle wieder ein. Der sagt, der hat sie ja nicht mehr alle und verweist ihn letztlich des Landes. Also Heinrich Kramer bei seinem ersten großen Hexenprozess scheitert er. Er hat leider anderswo mehr Erfolg. Nie in dem großen Maß. Heinrich Kramer wird nie der Hexenjäger, der er gerne gewesen wäre. Aber er schreibt dann nach den Hexenhammer. Und weil ihm seine halb ergaunerte Bulle nicht reicht, fügt er dem Hexenhammer noch mehrere Gutachten aus der Universität Köln an, die letztlich alle gefälscht sind. Damit hat er seine Rechtfertigung. Und das hat leider Nachwirkungen. Der Hexenhammer wird eine Zeit lang relativ wichtig. Dann ebbt er ab. Aber in den großen Hexenjagden des späten 16. Jahrhunderts, da wird er wieder rausgekramt. Und da hat man die Bulle, da hat man die Gutachten. Also ist das Ganze offiziell wichtig. Und der Hexenhammer wird tatsächlich zu dem Verfolgungsmedium gegen Hexen. Allerdings erst mit fast 100 Jahren Verspätung. Heinrich Kramer ist nicht so wichtig, wie er gerne gewesen wäre. Ist auch für die Hexen ja gar nicht so der Initialzünder. Er hat zwar seine Opfer. Er geht auch immer auf Schuldspruch. Er erkennt da gar nichts. Also wenn Hexen im Spiel sind, dann will er auch Schuldige haben. Aber er hat nicht die Bedeutung, die er gerne gehabt hätte. Er wird allerdings für seine Nachfolger, die dann zwischen 1580 und 1620, die wirklich, wirklich großen Hexenverfolgung, mit vielen, vielen tausend Opfern, lostreten. Für die ist er die Blaupause. Und als jemand, der das mit Fälschung und Betrug begonnen hat und einen Hexenglauben, der eigentlich so gar nicht verbreitet war, so massiv bestützt hat, ist Heinrich Kramer in der Auflistung für mich eine der ganz klaren Schurken. Ja, meine volle Verachtung. Dann haben wir noch Robert Graf von Gent. Mit etwa 30 ist er bereits Kardinal und wird zum Legaten für Oberitalien bestellt. Da ist er mit der Niederschlagung eines Papstfeindlichen und Franzosenfeindlichen Aufstandes betraut. Er hat Truppen von John Hawkwood an seiner Seite. Das ist ein berühmter englischer Conditieri, zu dem habe ich auch mal was gesagt. Und damit versucht er im 14. Jahrhundert eben Aufstände niederzuschlagen. Dabei kommt es zum Blutbad von Cesena. Er erobert eine Stadt, fordert die Gegner auf, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Und als sie das tun, lässt er seine Truppen die Stadt massakrieren. Das ist so sein Ruf. Er ist der Henker von Cesena. Und damit könnte jetzt der normale Adelige leben. Bei Robert Graf von Gent ist es aber eben ein bisschen anders, weil der wird 1478 zum Gegenpapst gewählt. Das ist der Beginn des großen abendländischen Schismas. Es gibt ja, lange Zeit hatte der französische König Kontrolle über die Päpste. Dann hat ein Papst eben, nachdem er gewählt wurde, erst mal ein paar neue, mehrere Dutzend neue Kardinäle ernannt, die allesamt keine Franzosen waren, um die Macht der französischen Kardinäle zu brechen. Und aus Protest dagegen sind die französischen Kardinäle dann gegangen mit einigen anderen und haben ihren Gegenpapst gewählt. Seitdem haben wir einen Papst in Rom und einen in Avignon. Vorher hatten wir schon einen Päpst in Avignon, aber jetzt haben wir eben die Teilung. Und somit wird Clemens VII. zum ersten Gegenpapst. Und dass der mal eben so ein Massaker auf dem Kerbholz hat, das ist schon für die Zeit ziemlich bezeichnet. Also das ist so eine Figur, die auch zeigt, gerade bei Päpsten, bevor die Papst sind, sind sie Machtmenschen. Auch wenn sie einen Kardinalstitel haben, sie sind Machtmenschen und führen Kriege wie Machtmenschen. Da findet man gar keine Ausnahmen. Dann haben wir, auch da habe ich kein Bild, da gehen wir ganz weit zurück, ins Jahr, oder ins 11. Jahrhundert. Imichut I., ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich weiß es nicht mal, dürfte kaum jemand jemals gehört haben, aber er ist verantwortlich für die Judenpogrome im ersten Kreuzzug. Er ist um 1050 in Rheinhessen geboren, ist verwandt mit den Graben von Weldenz. Möglicherweise ist er der erste Graben von Weldenz, aber seine Identität ist gar nicht so klar. Die heißen zu der Zeit gerne mal mehrfach so. Da gibt es auch teilweise die Fälle, dass zwei Brüder denselben Vornamen haben. Das ist gar nicht so einfach festzustellen. Aber dieser Emicho behauptet, während des ersten Kreuzzugs Christus sei ihm erschienen und habe ihm die Kaiserkrone und Hilfe bei der Bekehrung der europäischen Juden versprochen, wenn er damit dafür zum Kreuzzug aufbricht. Er sammelt 1096 ein recht schlecht ausgerüstetes Heer und zieht erst nach Speyer, um dort die Juden zur Taufe zu zwingen. In Speyer evakuiert der Bischof die Juden in seinen befestigten Hof und lässt gegen die Kreuzfahrer mit Waffengewalt vorgehen. Es gibt Kämpfe, aber es gelingt den Kreuzfahrern, dem Mob, nicht in die Hand an die Juden zu legen. Es gibt zwar Opfer und es gibt auch Zwangsbekehrungen, aber viel weniger als bei den nachfolgenden Pogromen. Und der Bischof von Speyer bestraft auch die Speyerer Bewohner, Bürger ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der richtige Woher Griff, die sich an den Ausschreitungen beteiligt haben. Die Kreuzfahrer gehen daraufhin nach Worms, wo sie deutlich mehr Erfolg haben. Der Bischof von Worms versucht zwar teilweise, Juden zu schützen, es gelingt ihm aber nicht. Da haben wir jetzt ein durchaus großes Massaker. Alle Juden, die sich nicht zwangstaufen lassen, werden getötet oder begehen Selbstmord. Und tatsächlich gibt es etliche Berichte darüber. Die Quellen sind ein bisschen schwierig, weil die Opferanzahlen nicht übereinstimmen. Da gibt es einen Streit, wie viele Opfer es tatsächlich hat. Es kann aber daran liegen, dass die umliegenden Juden sich in die Stadt geflüchtet haben. Es gibt immer wieder Opferlisten, die mit Namen agieren. Das sind in Worms etwa 400. Die Opferzahlen selbst werden in Kroningen, auch in Zeitpunkt in Kroningen, deutlich höher beziffert. Aber das können eben die Geflüchteten aus dem Umland gewesen sein. Aber genau übereinstimmen, stimmt, bringt man sie leider nicht. In Mainz, der Bischof, der geht da noch ein bisschen anders vor. Er rät den Juden, ihre Wertsachen bei ihm zu lassen und sich dann im Bischofshof zu flüchten. Er hat wohl von Anfang an vor, sie zu betrügen, behält die Wertsachen, lässt sie auch teilweise noch zusätzlich Lösegelder für sich bezahlen. Auch dort gibt es massive Kämpfe. Die Juden sind bewaffnet, versuchen diesen Bischofshof zu verteidigen, werden aber scheitern dabei und tatsächlich trinkt dieser Mob in den Bischofshof vor und tötet alle, die sie finden, die sich nicht taufen lassen oder die Selbstmord begangen haben. Emichow lässt es darin gut sein, kehrt wieder zurück, verliert im Prinzip seinen Ruf, weil er sein Kreuzungsgelübde gebrochen hat, aber er hat sich offenbar genügend bereichert. Andere Teile dieses Kreuzfahrermobs ziehen noch durch Trier, Metz, Neuss, Gesandten und anderen Orten und machen mit dem Judenpogrom munter weiter. Der Kaiser, als er zurückkommt aus Italien, ist davon überhaupt nicht erfreut, denn die Juden sind ja seine Schutzbefohlenen und teilweise sind auch die örtlichen Herrscher gar nicht so erfreut, denn zum Beispiel der Bischof von Speyer hatte die Juden in Speyer aufgenommen, die aus Mainz geflüchtet waren mehrere Jahre vorher, weil er sie für seine Stadtgrüne gut gebrauchen konnte und das war ihm durchaus wichtig. Die Folgen sind ganz interessant, weil auch die zwangsgetauften Juden dürfen zurückkehren zu ihrer alten Religion. Also diese Taufe wird als nichtig erklärt und sie können tatsächlich wieder ihre alte Religion ausüben, tatsächlich ein bisschen überraschend für die Zeit, aber auch zum Beispiel der Bischof von Mainz wird dafür bestraft, dass er so mit den Juden umgegangen ist und sie eben nicht geschützt hat, dann wäre es seine Aufgabe gewesen. Aber dieser Emichow ist eben ein gutes Beispiel für so einen, ja tatsächlich Hetzer, der keine Probleme hat, damit ein Massaker anzurichten, um sich zu bereichern, denn genau darum ging es. Es wurden immer wieder Lösegelder verlangt, es wurden immer wieder Freikaufssummen verlangt, die dann trotzdem keinen Nutzen hatten. Habe ich gesagt, der Mob tut all die Selbstmordbegaben haben, aber ich meine all die nicht Selbstmordbegaben haben. Müssen ja nochmal schauen. Dann kommen wir zu dem berühmtesten Serienmörder des Mittelalters. Gilles de Rey. Hier haben wir ein späteres Bild. Natürlich jeder, der den Kanal sieht, weiß, das ist eine Rüstung des 16. Jahrhunderts. Das Bild ist noch später vermutlich, hat nichts mit der eigentlichen Figur zu tun, denn der lebt im 15. Jahrhundert, wird 1405 geboren, ist der Sohn eines Grafen und Erbe unter anderem der Baronie Retz. Er ist später einer der reichsten Menschen Frankreichs. Er ist richtig, richtig wohlhabend. 1426 schafft er es im Kampf gegen die Engländer, die ja Teile Frankreichs nach der Schlacht von Archicourt besetzt haben, sieben Kompanien aufzustellen und in den Kampf zu ziehen. Also sieben Kompanien ist schon richtig, richtig ordentlich. Er wird dann auch nach mehreren Erfolgen ausgewählt, eine junge Frau, nämlich Jeanne d'Arc, nach Orléans zu begleiten. Er wird auch später für ihren Schutz verantwortlich, er kämpft an ihrer Seite, er ist ein Kampfgefährte von Johanna von Orléans und am Tag der Kröne Karls VII. wird er zum Marschall von Frankreich ernannt. Also er ist eigentlich ganz oben angekommen. Er kann die Gefangennahme Johannas nicht verhindern, auch wenn es Gerüchte gibt, dass er versucht hätte, sie zu befreien. Zieht er sich nach Johannas Tod zurück und führt dann einen ausgesprochen prachtvollen Hof. Und man kann sagen, er lebt völlig über seine Verhältnisse. Obwohl er einer der reichsten Männer Frankreichs war, das, was er an Hof hält, ist eher eines Königs würdig und übersteigt seine Möglichkeiten. Er finanziert freigiebige Künstler, macht teure Geschenke. Er muss aber irgendwann anfangen, Geld zu bekommen und er fängt an, Ländereien unter Wert zu verkaufen. Die Geschichte ist jetzt, dass er irgendwann hofft, mit Hilfe von Alchemie zu Geld zu kommen und Nekromanten und Geisterbeschwörer finanziert. Im Ausgleich für diese Untaten finanziert er auch Messen, versucht sich da irgendwie wieder seine Seele reinzukaufen. Aber das Ganze eskaliert damit, dass seine Diener anfangen, Kinder, vor allem Knaben, zu entführen, auf seinen Schlössern zu foltern und zu ermorden. Laut Protokollen auf seinem Geständnis sind es etwa 140. Das Ganze kann er erst nochmal tun, denn so richtige Sätze dagegen gibt es nicht, er ist ja ein Hochadliger. Er überspannt den Bogen aber, als er einen geistlichen während der Pfingstmesse aus der Kirsche zerren lässt und entführt. Damit ist das Maß voll, er wird verhaftet und unter Antrehung von Folter gesteht er all seinen Untaten. All die Morde, all die Folterungen gesteht er und er wird am 26. Oktober 1440 mit zwei Komplizen gehängt. Jetzt haben wir wieder das Problem, ist das alles so passiert? Gilles de Ré ist in die Geschichte eingegangen als einer der größten Massenmörder der Geschichte. Es gab dann später, vor allem im 90er Jahrhundert, eine Aufarbeitung des Ganzen. In Frankreich, lustigerweise, kann ein Gerichtsfall quasi jederzeit wieder aufgerollt werden, zumindest in dem Zeitpunkt, also wurde er wieder aufgerollt und letztlich gibt es keine Beweise. Es gibt Aussagen, es wurde auch in dem Protokoll gesagt, es wurden ganz viele Leichen gefunden, aber dafür gibt es nichts Stichhaltiges und es gäbe Leute, die daran interessiert gewesen wären, ihn loszuwerden. Unter anderem seine eigene Familie, bevor er alles Erbe durchbringt. Also, er hatte seine Feinde, ganz klar, und es ist überhaupt nicht zu sagen, was beruht auf den Aussagen seiner Feinde, was beruht auf erzwungenen Geständnissen und was ist tatsächlich passiert. Es gibt die Nekromant- und Geisterbeschwörer, allein, dass sich jemand zu der Zeit Nekromant nennt, aber dieser Nekromant ist ungeschoren davon gekommen, lustigerweise. Er hat Leute, er hat Geld rausgeworfen, er hat Leute dafür bezahlt, mit alchemistischen und okkulten Möglichkeiten an Geld zu kommen und angeblich ist wohl auch der, irgendwie der Versuch gewesen, einen Teufelspakt zu schließen dabei gewesen. Das ist schon so halbwegs nachvollziehbar. Ob er tatsächlich in großer Menge Morde begangen hat, ist vollkommen unklar. Übrigens auch bei einer Figur der frühen Neuzeit, nämlich Elisabeth Bathory, die Blutgräfin, auch da ist überhaupt nicht klar, was ist tatsächlich am Ende passiert. Ist ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn es wahr ist, hat Gilles Rey so vom Mitstreiter Johannas bis zum Massenmörder den ultimativen Abstieg gemacht. Er bleibt trotzdem eine furchtbar schillernde Gestalt, aber wir sind da an den Grenzen der Geschichtswissenschaft. Wir sind an der Grenze dessen, was wirklich nachweisbar ist. Wir haben Legenden, wir haben Fakten und Quellen, aber ein klares Bild finden wir in diesem Fall tatsächlich so gut gar nicht. Und natürlich enden wir mit dem Schurken aus dem Schurken schlechthin der Zeit, nämlich Vlad dem Dritten. Es gibt ganz viele Beinamen, Vlad Dracula, Vlad Tepech, was der Pfähler bedeutet, aber sein eigentlicher Name ist eben, oder Titel ist Vlad der Dritte. Draculea heißt Sohn des Drachen. Das bezieht sich auf den Drachenorden, in dem sein Vater aufgenommen wurde, er wohl auch. Und es ist nicht ganz klar, wo er geboren wurde. Entweder ist er 1431 in Schessburg geboren oder in Nürnberg, wo sein Vater das Stadionszeitpunkt aufgehalten hat und wo er auch in den Drachenorden aufgenommen wurde. Später geriet er in Osmanische Geiselhaft. So Geiseln waren relativ üblich. In der Zeit von Friedensverträgen hat man Geiseln ausgetauscht, um den Frieden zu bewahren. Seine Geiselhaft war wohl nicht so toll. Er wurde wohl mehrfach mit Auspeitschen bestraft, weil er sich unwurzmäßig verhalten hat. Er hat offensichtlich einen ordentlichen Hass auf Osmanen gehabt. Er stammt aber aus einem unglaublich brutalen Konflikt. Die Grenzstreitigkeiten. Osmanen breiten sich aus. 1453 erobern sie Konstantinopel. Dann haben wir noch einen restlichen byzantinischen Staat. Wir haben verschiedene Gebiete, die mittlerweile miteinander im Krieg liegen. Und auch in der Wallachai selbst haben wir wieder die Adlingen gegen das Oberhaupt. Wir haben dort eine Art Bürgerkrieg. Und der ist schon immer extrem grausam. Ein Beispiel. Sein älterer Bruder Mirkea wird ermordet, indem man ihn erst blendet und danach lebendig bekräbt. Aus diesem Umfeld stammt Vlad III. Er kommt wieder frei. Und 1462 fällt das Osmanische her, der Mehmet II. in der Wallachai, ein. Und Vlad beginnt einen regelrechten Guerilla-Krieg. Er benutzt die Technik der verbrannten Erde. Ganze Dörfer und Städte werden evakuiert und ins Gebirge geschafft. Tiere werden weggetrieben. Angeblich sehen die Osmanischen Angreifer eine Woche lang keine Seele, wie der Tier noch Mensch. Ebenso vergiften sie Brunnen. Es werden Fallen aufgestellt. Ist tatsächlich ein fast modern zu nennender Krieg. Die Osmanen müssen am Ende tatsächlich abziehen. Das Land ist aber vollkommen verwüstet. Und auch da finden wir jetzt Berichte über unfassbare Krolltaten. Ich habe es schon erwähnt, den Beinamen der Pfähler. Angeblich hat Vlad mit extrem harter Hand schon regiert. Schon bevor die Osmanen einfallen. Selbst Kleinste vergehen werden hart. Mit der Strafe des Pfählens, einer unfassbar grausamen Strafe, geahndet. Und er soll da wirklich brutalst vorgegangen sein. Auch die Osmanen, da wird berichtet, es hätte einen Wald aus 20.000 Pfählen mit Menschen darauf gegeben. Und die Zahlen sind auch enorm groß. Er soll in einigen Städten schon vorher 30.000 Menschen gepfählt haben. Dummerweise haben die Städte in der Zeit gar keine 30.000 Einwohner. Also 10.000 ist schon eine große Stadt in der Region. Also da ist sehr, sehr klar, dass die Zahlen deutlich übertrieben sind. Auch da können wir am Ende wieder nicht sagen, was tatsächlich passiert ist. Wahrscheinlich ist er ein grausamer Herrscher gewesen. Wahrscheinlich hat er auch Krolltaten in der eigenen Bevölkerung und an seinen Gegnern begangen. Was bei ihm aber besonders ist, er wird schon zu Lebzeiten eine Legende. Und auch nach seinem Tod wird diese Legende deutlich fortgeführt. Vor allen Dingen mit modernsten Mitteln. Denn wir reden von einer Zeit, in der der Holzschnitt und der Buchdruck bereits da sind. Und wir finden ihn auf ganz vielen Bildern. Hier haben wir zum Beispiel eine Darstellung von Jesus vor Pontius Pilatus. Und da sehen wir wieder Vlad den Dritten. Also ich könnte hier einen halben Film machen, nur mit Abbildung von Vlad, der auf ganz, ganz vielen Abbildungen zu sehen ist. Und hier sehen wir wirklich erst genau dargestellt. Also wir sehen denselben Hut, wir sehen denselben Bart. Manchmal sieht es nur ähnlich aus. Aber hier ist Vlad als Pontius Pilatus dargestellt. Und es ist ganz unterschiedlich, wie er gehandelt wird. Für einen ist er der große Held und Befreier gegen die Osmanen. Für anderen ist er der grausamste Tyrann, der gelebt hat. Und gerade im deutschsprachigen Raum kommt er echt nicht gut weg. Da wird er sehr, sehr gerne als absolutes Negativbeispiel genannt. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass er im 19. Jahrhundert von Bram Stoker als Dracula, als Obervampir unsterblich gemacht wird. Also nicht nur das, was ihm sowieso nachgesagt wird. Er wird auch noch über seinen Tod hinaus als untoter Vampir, unsterblich und als der berühmteste aller Vampire noch dazu. Also damit ist Vlad tatsächlich die mit Abstand berühmteste Schurkenfigur des Mittelalters. Wie gesagt, wahrscheinlich sind seine Taten übertrieben. Als Propaganda, als Versuch, ihn schlecht zu machen. Aber wir können natürlich überhaupt nicht sagen, in welchem Maß. Auch dazu fehlen uns die Quellen. Wir haben zwar zeitgenössige Berichte, aber die sind eben oft nicht zuverlässig. Die Zahlen sind nicht zuverlässig und es sind auch Dinge, die sich immer wiederholen. Also da werden Sachen immer wieder neu gebracht und wir können überhaupt nicht sagen, wie real die tatsächlich sind. Das ist ein Punkt, wo die Geschichtswissenschaft an ihre Grenzen stößt. Da sind die Aussagen tatsächlich nicht besonders glaubwürdig. Wir können es nicht sagen. Er war ziemlich sicher ein brutaler Herrscher, denn das waren in der Region die Herrscher alle. Auch sein Gegner, Mehmet der Zweite, ist richtig, richtig übel. Der lässt auch gerne mal viele Menschen töten, wenn es ihm nützt. Also da ist er bestimmt keine Ausnahme. Ob er über die Grausamkeit, die üblich ist, hinaus besonders grausam war, das wissen wir eben nicht. Ja, das sind jetzt so die Figuren gewesen, die ich zusammengetragen habe. Aber ich habe da so ein großes Problem, weil gerade bei den Herrscherfiguren, wie böse ist so ein Herrscher? Wir hatten da eben Peter den Grausamen und Wilhelm den Bösen. Haben die etwas gemacht, was andere nicht gemacht haben? Wir haben Karl den Großen mit seinem Massaker an den Sachsen. Von dem auch nicht klar ist, ob es überhaupt stattgefunden hat und wenn in welchem Ausmaße stattgefunden hat. Auch da haben wir wieder ein Beispiel für eine Quelle, die wir mit ganz großer Vorsicht sehen müssen. Aber haben wir Herrscher, die das nicht getan haben? Haben wir Herrscher, die nicht grausam waren? Auch Karl der Kühne, der Herzog von Begunth, lässt die gesamte Besatzung von Croissant hinrichten. Es ist ein Aufschrei durch Europa gegangen. Furchtbar. Aber da ist eben, wie ist die Moral bei einem Herrscher da zu sehen? Und ich habe immer so mein Problem bei Figuren des Mittelalters Moral anzulegen. Ich habe dafür auch keine Lieblingsfiguren. Ich habe keine Idole aus der Zeit. Das ist mir alles zu, das ist ein historischer Abstand. Die sind mir zu weit weg. Die kann ich nicht mehr als gut oder schlecht wahrnehmen. Das kann ich mit moderneren historischen Figuren sehr gut, mit mittelalterlichen gar nicht. Ich kann sie nur als das sehen, was sie sind. Ich kann sie als gegeben hinnehmen. Moral spielt da tatsächlich kaum eine Rolle. Und dann kann ich bei ganz vielen dieser Herrscherfiguren sagen, wie böse sind sie? Und die ersten Beispiele sind ja das beste Beispiel. Sie sind deswegen in die Liste geraten, weil irgendein Film, irgendein populär wissenschaftliches Medium oder ein reines Unterhaltungsmedium sie als Bösewichte auserkoren hat und sie als Bösewichte dargestellt hat. So ein Ruf bleibt hängen. Tatsächlich. Selbst wenn man gar nichts wie es gemacht hat, selbst wenn man gar kein fieser Herrscher war, zack, bumm, Edward Longshanks, der Bösewicht aus Preyfart. Was soll ich sagen? Bleibt dran. Also von daher sind wir auf einem ganz, ganz schwierigen Gebiet. Wie seht ihr das? Wen habe ich vor allem vergessen? Ich habe mich sehr gewundert, warum gibt es keinen großen deutschen Bösewicht? Ich habe jetzt mal Raubritter rausgelassen. Raubritter waren mir zu klein. Die sind ja auch, doch da ist immer wieder dasselbe Problem. Was ist städtische Propaganda? Was haben sie tatsächlich getan? Aber Raubritter hatte ich letztens im Film bei Ritter schon mal. Deswegen kam die nicht nochmal vor. Aber ansonsten, was mich sehr gewundert hat, ich habe keinen deutschen Schurken. Deutsche sind ja in Filmen immer gerne Bösewichte, aber vielleicht habe ich es übersehen. Schreibt es mir in die Kommentare, wen ich übersehen habe. Mir ist kein Film-Schurke einer mittelartigen Figur aus Deutschland wirklich eingefallen. Man könnte jetzt bei Kingdom Come Deliverance gibt es eben noch den Konflikt zwischen Wenzel und Siegesmund und der wird auch gewertet. Da wird auch ein bisschen gewertet, wer die Guten und wer die Bösen sind. Der Böse holt sich dann seine Helfer aus Ungarn und lässt das Land einen Krieg rüberziehen. Nicht so ganz historisch. Also von daher, da haben wir ein Beispiel für deutsch im Namen nach sind die Könige von Böhmen. Also ganz, ganz vorsichtig. Aber letztlich wüsste ich jetzt nicht, wer da der große Bösewicht wäre. Und was mir dabei aufgefallen ist, wir haben immer wieder Krolltaten. Immer wieder. Aber im Vergleich zum modernen Kriegen echt harmlos. Echt klein. Also das, was ich jetzt hatte, waren so die großen Untaten der Zeit. Auch Willkürherrscher, gar keine Frage. Völlig Willkür. Völlig Willkür. Aber die Neuzeit hat dann noch ein bisschen mehr zu bieten. Also die Todeszahlen bei Massakern in der Neuzeit und bei Vinoziden in der Neuzeit sind eine völlig andere Hausnummer. Muss man tatsächlich sagen. Also das Mittelalter hat sich damals wieder als vergleichsweise harmlos hingestellt. Aber schreibt mir ansonsten eure Kommentare, was sagt ihr zu diesem Thema? Wie böse sind die Figuren, die wir hatten? Welche Figuren habe ich vergessen? Kann man überhaupt in historischen Maßstäben von Gut und Böse sprechen? Das war so das Grundthema hier und das habe ich versucht mit den Beispielen so ein bisschen aufzuzeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet euer ein bisschen Grusel. Ich sage ja mal so, zu Folter und Hinrichtung mag ich gar nicht so viel machen. Heute habe ich ein bisschen dran gekratzt und hatte so zumindest ziemlich fiese Figuren, die ziemlich fies gemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet auch einen angenehmen Grusel daran. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Film. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Fallt nicht auf Betrüger rein. Denkt daran, klickt unten auf das Buch von der BBG. So günstig seid ihr selten an ein gutes Buch gekommen. Ich kann das nur wirklich empfehlen. Ja, und nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.